Ah, lecker! Ah, mein Fliegel! Das war ein sehr kniffliger Fall, Inspektor Lenny. Ich gebe in 48 Stunden dieses gewissenlose Subjekt, das unsere Vogelwelt dezimiert, von den Straßen unserer Stadt zu glauben. In die laufenden Ermittlungen des grauenhaften Ballonbordes ist Interpol mit eingeschaltet worden. Aber Sie wissen, wer das getan hat? Natürlich. Sie sind verantwortet! Vorsicht! Achtung! 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 Anja! Anja! Anja!